Zeitwechsel Immer noch Last Titan Standing Diesmal müssen wir gewinnen Schmach hier 2-1 verloren zu haben Ja gar nicht Kann ich ja nicht hier auf mir sitzen lassen Warnung, mehrere Güter greifen an Warnung, mehrere Titan greifen an Ja sagen sie mal ruhig, versuche mich hier kaputt zu machen Warnung, ein weiterer Titan greift sie an Warnung, mehrere Titan greifen an Warnung, mehrere Gegner greifen an Warnung, Erdann Warnung, Erdann Ich könnte das Teil jetzt da mal Bitte... Dankeschön Warnung, schaden Sieg posi gegen Oh, oh, oh. Jawohl. Top, direkt mit den Piloten. Und, was? Wie kann die denn jetzt immer noch? Oh, wir haben verloren. Nein. Aber wie konntet ihr denn immer noch drauf sein? Ich war doch eben nicht drauf. Ja, okay. Diesmal müssen wir aber auf jeden Fall gewinnen. Sonst gibt's kein Morgen mehr. Guck mal, guck mal, guck mal, alles, was du hast. Oh, okay, das war nicht so gut. Das Schild hat mir ordentlich eingedrückt. Oh. Oh, 4 zu 1. Oh, am Arsch. Das sieht schon wieder ganz, ganz schlecht aus. Schau, ich mach dich alle zu Fuß glatt. Mach ihn fertig. Jawohl, 2 weg. Wer ist noch da? Wo sind noch welche? Ich muss nur noch einen überlegen. Okay, nur noch zwei. 2 zu 2. 2 zu 1. Komm schon, Dante, du schaffst das. I believe in you. Nein. Oh, Jungs, wir haben verloren. Komm zur Basis-Tülle. Oh, nein. 4 zu 1 verloren. So eine Scheiße. Naja, der Modus ist eigentlich ganz cool, aber für die höheren Level eigentlich viel zu stark. Also viel zu großen Vorteil. Also als Anfänger mit den Waffen kannst du ja kaum was ausrichten. Naja, mal schauen. Das nächste Mal dann, äh, je nachdem Attrition vielleicht mal, obwohl das hatte ich ja eigentlich schon ziemlich oft in der Beta. Oder ich fang mal die Kampagne an. Na, wird man das sehen. Bis denn. Haut rein. Bis dann. Bis dann.